gut da hinten geht es wohl weiter oder naja doch muss muss ja weitergehen das wird mich wundern wenn es hier hinten nicht weitergeht gut so wo sind wir jetzt genau ah ja ich sehe ich sehe ganz genau wo wir sind ich weiß was wir haben es gehen soll man hardcore kampf machen ja ich kann schon wieder mich armatisieren das geht ja gar nicht ... ... ... ... Ich kann doppeln sich. Ah cool. Einerseits. Andererseits ist es irgendwie scheiße. Andererseits auch nicht. Was bieten noch? Ich finde ich das wahrscheinlich nicht so doppelt. Oh, ich bin jetzt auch hier tot. Amatisiere auch mehrmals. Ja ja, der hat auch was passiert. Hat er es geschafft? Ne, schade. Hey! Erstmal! Erstmal! So. Und down. Ich bin nicht weird. Die kamen von da und müssen jetzt... Wenn wir jetzt hier lang... Ja. Die Fledersocke da ignorieren wir jetzt mal dezent. Den weichen wir natürlich... Assessinhaft aus. Alles was wir von Rose gelernt haben. Und verkriechen uns in eine Spalte. Und da Plätzchen. Meine Güte, Alter. Was will ich hier alles zu... Was... Wie... Was... Darf ich mal? Danke. Meine Güte. Ich dachte, jetzt hänge ich da fest. Ich liebe deine Moxie. Ich liebe deine Moxie. Zwei Stück erledigt. Was ist denn? Mann! Die standen grad so geil, Alter. Die hätte ich mir so fettig machen können. Ach, bin schon tot. Zwei Dolche erhalten. Das ist ja super. Ja, aber Edna trägt keine Dolche. Du trägst Dolche. Könnten wir ja jetzt hier voll auf Angriff weitergehen, wa? Was haben wir denn hier noch? So, es ändert sich gar nicht nichts. Aber der Fokus geht so weit runter. Das ist doch eigentlich doof, oder nicht? Ähm... Ja. SA-Erhöhung bei Verteidigung. Verteidigungs... Ach, hier nehmen wir Verteidigungsfähigkeiten. So, äh... Wo sollen wir lang? Hm... Nach hier oben. Warte, nach da oben. Ist da da oben jetzt richtig? Oh Gott, Alter. Ich hab so schlechte Orientierung. Hier, das sieht so sehr richtig aus. Ein Geist, den lasse ich in Ruhe. Wobei, da konnte ich was prüfen. Da muss ich dann erstmal... Kann ja auch einfach. Aua! Ich bin getäubt! Na ja, geht. Wird leider unterbrochen. So. Ich kämpfe jetzt mit Laila. Ist der hier gestorben? Was soll ich das tun? Was soll ich das tun? Ein Schirm. Einen besseren Schirm? Ja... Könnte man meinen, ne? Nö. Der Sonnenschirm sieht so schön aus, deswegen sieht der Sonnenschirm. So, hier war irgendwo Auktionspunkt. Wo ist denn das hier? Ach da! Was ist denn das hier? Neue Fundstätte. Versteinerter Koloss. Wow! Was zur Hölle? Das ist ein großer Schirm. Ein Fossil. Eine Hoffnung. Holy crap! Das Ding war schon mal lebend? Ich will es holen und es frieren. Es sieht verrückt. Du glaubst nicht, dass das ein Hellion ist? Es gibt Hellions fossilisierten? Keine Ahnung! Es ist nicht außerhalb des Spiels. Es ist nicht außerhalb des Spiels. Es ist nicht außerhalb des Spiels. Es ist auch nicht außerhalb des Sashimi. Hm. So, welcher Seite ist die Hände? Die Hände? Wir können sogar nicht wissen, wo die Hände ist? Das Ding ist freaktaktisch. Keine Ahnung. Die Hände und die Hände sind egal. Ich kann sogar gar nicht verstehen. Das Ding. Schirm. Starts mit S. Schau. Außerdem ist der Kopf ja wohl ganz eindeutig links, wa? Das ist ja wohl ein bisschen... Das sieht man ja wohl. Also bitte. Was sind denn das hier für Höhlenforscher? Ich hab mir echt von gar nichts in Ahnung, Alter. Einmal mal mit Profis arbeiten, das ist er auch. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hehehe. Hey! Können wir da gleich rechts hoch? Der hat rrrrrrrr Mariosias hier. Reis mal wieder in den Flatsch! Ready? Ready? Get him! Mach das schnell! Hey! Hey! Hauke, Rssch! Wie geht's los? Den wir auch den Geist hier erledigen, damit er sich nicht mehr diplizieren kann? Oh, oh! Das ist echt! Ja, ja! Das ist jetzt vorhin echt gestorben. Schon wieder so ein Dolch? Ich meine, es ist super, die können wir dann nachher fusionieren. Mein Gott, Gesundheit wiederherstellen und kommt jetzt aber ganz schön oft. Ich meine, es ist gut. Kann man immer gebrauchen, Gesundheit. So. Wasser. Flederhupe. Was ist denn das da jetzt schon wieder für ein Ding? Oh, dann würde ich so gerne reinzimmern, ne? Voll fertig hier. Voll fertig gemacht. Okay, ich würde mal sagen, wir speichern erstmal und ich glaube, wir haben schon wieder so einen Höhlenendgegner-Ding gefunden. Ich bin da kein Fan von. Aber wir werden es jetzt trotzdem machen. Alter, das Ding sieht voll gruselig aus. Neunköpfige Schlange. Level 44, Widerstand gegen Wasser und Erde. Würde ich einfach mal sagen. War ich ja mal kurz auf. Äh. Äh, nein. Darf ich? Hier, bitte. Ne, danke. So, jetzt machen wir den Ferien. Ich hab das. Voller Weg. Oh, scheiße. Das hat... Das Ding hat uns gerade ein bisschen sehr wehgetan, muss ich sagen. Alter, was sind denn das immer für Scheiß? Über... Au. Au. Den können wir komplett vergessen. Also, der ist ja noch viel schlimmer als alle anderen. Komme ich hier über den See? Kann ich... Kann ich schwimmen? Nö, aber ich kann über Wasser laufen. Mit... Dasselbe. Ja, da will ich ja hin. Prüfen. Grüner Iris steigt das. Gott. Darf SCSIX. Scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, ja, ja, nee, ich muss jetzt erst mal von diesem Ding da vorne weg. Das macht mir nämlich Angst und ich hab Angst. Äh, warte, falsch. Hier lang. Wollen wir erst mal gucken, was hier hinten in der kleinen Lücke ist. Oh. Oh, ich glaube, der will hier über die leuchtenden Punkte, ähm... So, wo war das? Neue Fundstätte, winzige leuchtenden Organismen. Tiny creatures. But each one lives only a few days before winking out. Only a few days? But they shine so bright. Bio-Doom, in essence. Oh, oh, that was inappropriate. I'm sorry. Don't be. Better than ending on a sour note. Oh, a left-field success from Lila. My first one, it feels like. I suppose it took going deep underground for Edna to finally cave and I take it back. The rare sparkling Lila. Note its brief life span. Even you, Dazzle? Oh. Oh, das sind auch so, das sind so eigenaarliche Leute hier. Oh, da kann ich mich nicht mit normalen Menschen umgeben. Gott, immer diese schlechten Witze, da komme ich nicht mehr klar. So, dann hüpfen wir hier runter. Hopp. Und sind wieder da, wo wir am Anfang auch waren, ne? Jetzt müssten wir rein... Wir sind hier lang gelatscht. Da runter gepurzelt. Und haben dann hier alles erkundet. Ja. Meiner Meinung nach haben wir die Höhle jetzt erkundet. Geh weg, Geist. Ich mag dich nicht, Geist. Meine... Was ist denn hier los, Mensch? Ja, ja. Will ich hier springen? Ich weiß jetzt nicht mehr. Will ich mich verlaufen? Und wie? Na, das war... Ah, schon wieder dieser. So. Lauf mal ein bisschen schneller hier. Geht's away. Ja, ja. Hilf mir, ich werde verfolgt. Steht nur rum. Faule Sau. Typische Ritter. So, jetzt dürfen uns rein theoretisch keine unangenehmen Überraschungen mehr erwarten. Rein theoretisch. Welche... Nein. Hm... Läder Molson sind echt am einfachsten. Kann man immer so... Unso wenig ledig. Jetzt gehen wir in die Publischen Dinger. Mein SK geht zu Ende. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen. Bekappen 6. Das ist das. Ist das die richtige Richtung? Ja. Ja. Das ist echt furchtbar mit mir. Es tut mir voll... Gott sei Dank. Meine Güte. Seid mir zu groß. Ich will nicht gegen euch großen kämpfen. Nur gegen die kleinen Fledermäuse. So, hier ist wieder... Ja, da hat sich wieder einer. SA-Erhöhung nach 10 erzielten Treffern 5%. Ja. 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 Fand ich jetzt nicht so spannend, aber... Also, nicht so sinnvoll. Glauben. Wahrscheinlich. Hast du es auch gefühlt? Der Wind? Ich denke, ich habe es irgendwie gemacht. Ja. Du hast ... Ja. Ich denke, ich komme zum 너무 nah am Ende.